Hans Wundersam Ein Wintermärchen von Ernst Kutzer, Verse von Adolf Holst Ein Wanderbursch zog über Land, der war Hans Wundersam genannt, trug Ränzel, Stab und Nagelschuh und pfiff sich eins und fror dazu. Die Welt war weit, der Wind blies kalt, in tiefem Schnee lag Feld und Wald. Hans Wundersam, der träumte schön, wie er möcht in den Himmel gehen. Da hörte er plötzlich aus dem Schnee ein Stimmchen bang und bitter weh, und sieh, welch Wunder ihm geschah, ein kleiner Engel hockte da, Der weinte sehr und greinte sehr und konnte nicht nach Hause mehr, weil ihm ein Flüglein steif gefror und auch die Händlein und das Ohr. »Ei, Herzchen!« rief Hans Wundersam. »Wie gut, dass ich vorüberkam!« »Geld, Flügelmatz? Da bist du froh!« »Na ja, nun weine nur nicht so!« Dann nahm er es gleich auf seinen Arm und herzte es und hegte es warm. Tat auch recht sorglich und geschickt, dass er kein Federlein ihm knickt. So stapfte er drei Stunden fast und freute sich der süßen Last, bis unser Englein schrie, »Hurra!«, Hans Wundersam! »Da sind wir ja!« Und wirklich! Eine Stiege stand, geklemmt in steiler Felsenwand, so wolkenhoch, so wendelkrumm, der Hans fiel fast vor Schrecken um. Das Englein aber lachte drauf. »Ja, ja, da müssen wir hinauf!« »Dies ist der Weg ins Himmelreich.« »Es ist ziemlich hoch, drum komm nur gleich!« Der Hans, der fand das wunderlich und wollte nicht und sträubte sich, das Englein aber fleht und bat, bis er ihm den Gefallen tat. Da hüpft es hurtig vor ihm her, Hans Wundersam, der schnaufte sehr, doch wenn ihm schwindlig ward und schwach, gleich half der Flügelmatz ihm nach. St. Peter sah aus seiner Ruhe, erstaunt dem Himmelsrutschen zu. »Ai!« brummt er drauf in seinen Bart. »Welch sonderbare Himmelfahrt!« Da standen sie schon vor dem Tor, und unser Englein stellte vor, fing auch gleich zu berichten an, was Gutes ihm der Hans getan. Da lachte Petrus. »So war's recht! So komm nur rein, du treuer Knecht! Wer also hilfreich von Gemüt ist wert, dass er den Himmel sieht!« So schritten sie im Strahlenschein zur goldenen Himmelstür hinein. Hans Wundersam war wie im Traum und zwickte sich und glaubte es kaum. Drauf hat er beide, froh gerührt, zum heiligen Niklas hingeführt. Das Englein flatterte vorher und schmeichelte und bat so sehr. »Ach, liebster Niklas, bitte schön, lass deine Wunder uns besehen, die Werkstatt und die ganze Pracht, wie man das Kinderspielzeug macht!« Da nickte Niklas. »Nun, es sei! Doch brecht mir nichts davon entzwei, denn jedes Kind zum heiligen Christ will nur, was heil und sauber ist.« So zogen sie denn allzumal beglückt zum Spielzeug-Wundersaal. Und Hans in all dem Saus und Braus kam aus dem Staunen nicht heraus. Da ward gehämmert und geklopft, geleimt, gebügelt und gestopft, geklebt, geschnitten und getuscht und eifrig hin- und hergehuscht. Da konnte man so recht mal sehen, wie all die Sachen hier entstehen. Der Puppenwagen, Helm und Schwert, die Trommel und das Schaukelpferd, das Schießgewehr, der Zinnsoldat und was man sonst zum Schenken hat. Und war ein Flattern kreuz und quer und Lärm und Lachen ringsumher. Die einen schleppten Huckepack, die Nüsse und den Äpfelsack, die anderen klebten Gold darauf und hingen's dann zum Trocknen auf. Doch als Hans Wundersamen sie sahen, da hub ein großes Jubeln an. Die Kleinsten waren rein wie toll und stopften ihm sein Ränzel voll. Als sie nun alles recht besehen, bedankten sie sich beide schön. Uns Englein winkte, ganz egal, jetzt zeig ich dir die Hölle mal. Sie krochen leis den Turm hinauf, uns Englein stieß ein Fenster auf und reckte sich und hob den Hals und Hans, der tat das ebenfalls. Da sahen sie in dem Höllenpfuhl den Teufel auf dem Flammenstuhl mit Pferdefuß und Schweif und Spieß, so grinst er nach dem Paradies. Und all die schwarzen Teufellein, die fingen gräulich an zu schreien, war ein Gezeter und Gezank und Ruß und Pech und Schwefelstank. Als der ihm in die Nase kam, »Pfui, Teufel!« schrie Hans Wundersamen. »Da soll doch gleich...« »Hatschi!« 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 Dort ging's zum Christkindlein. Aus Wolkenduft und Weihnachtsschnee aufstieg das Schloss zur Himmelshöhe. Viel goldne Türmlein ohne Zahl, die funkelten im Sonnenstrahl. Ein Engelwächter, weiß im Kleid, der wußt von allem schon Bescheid und sprach zum Hans, »Tritt nur herein!« Das Christkind wartet drinnen dein. Da stand er vor dem lieben Kind und neigte Haupt und Knie geschwind. Ihm ward so froh, ihm ward so süß. Nun bin ich drin im Paradies. Christkindlein sprach, »Die Hand mir gib, Hans Wundersamen, ich hab dich lieb. Dein Herz ist gut, dein Herz ist rein, so geh in meinen Himmel ein. Und schaust du was, das dir gefällt, so nimm dir's mit zur Erdenwelt, das sei dir Dank und Himmelssold, »Weil du dem Englein lieb und holdt!« Da brachten ihn zwei Kindlein gleich zum Weihnachtssaal im Himmelreich. Dort strahlt der Baum im Kerzenglün und hundert Englein putzten ihn. Sie flogen hin, sie flogen her, durch Tannenduft und Lichtermeer und sangen froh mit süßem Schall und sangen froh mit süßem Schall die lieben Weihnachtslieder all. Vom Himmel hoch und stille Nacht und wie das Christkind uns gebracht, das klang so selig, süß und klar, Hans Wundersam, der weinte gar. Dann aber fröhlich weiter ging's durch hundert Säle rechts und links. Drinnen aufgestellt die ganze Pracht, was in der Werkstatt man gemacht. Da fehlte nichts, ob groß, ob klein, vom Tischchen bis zum Tellerlein, vom Häschen bis zum Puppenschrank, war alles da und blitzeblank. Die Schaukel und die Eisenbahn, das Dorf, die Hühner und der Hahn, die Bilderbücher und der Ball, Theater, Burg und Pferdestall. Das funkelte, das flimmerte und glitzerte und schimmerte, wohin man sah, wohin man schaut, auf tausend Tischen aufgebaut. Dem Hans, dem ward so kinderfroh, er rief nur immer Ach und Oh und dachte bei jedem Schritt und Tritt, das nehm ich mit, das nehm ich mit. Das Englein aber schrie, nein, nein, es muss noch viel was Schöneres sein und hielt den Hans am Zipfel fest, bis dass er sich bereden lässt. So kam man endlich doch einmal auch in den allerletzten Saal. Da stand schön sauber aufgereiht die ganze Puppenherrlichkeit, die Ruth, die Resi, die Marianne, der Hannes und der Hampelmann, der Bub, das Baby und der Bär, der Kasperle und noch viel mehr. Die schwatzten dies und schwatzten das und lachten ohne Unterlass, denn alles, was im Himmel ist, ist ja lebendig, wie ihr wisst. Da kam nun Hans hereinmarschiert und hätte beinahe sich geniert, zog seinen Hut und winkte fein, grüß Gott, ihr lieben Kinderlein. Gleich fingen sie zu kichern an und lachten laut, was will der Mann? Kommt er zu mir? Kommt er zu dir? Was will denn der im Himmel hier? Nur eine stand und lachte nicht. Die war so lieb von Angesicht. Sie blickte schämig, hold und scheu und war so schön und nagelneu. Als die Hans wundersam ersah, ganz wundersamlich ward ihm da. Die nehme ich, rief er, die allein und keine andere soll es sein. Sie sah ihn an mit einem Blick voll Himmelsglanz und Erdenglück. Und als er fragte, willst du mich? Da sprach sie leis, ich liebe dich. Der Nikolaus, wie ihr hier schaut, der hat die beiden dann getraut. St. Peter und das Christkindlein, die wollten selber Zeugen sein. Auch kamen schmunzelnd Hand in Hand die Könige aus dem Morgenland und brachten dem beglückten Paar die schönsten Hochzeitsgaben dar. Als dann das Liebefest vorbei zur Erde stiegen froh die zwei und leben dort vergnügt noch heut in himmlischer Zufriedenheit. Das Englein aber, das ist wahr, besucht sie einmal jedes Jahr und hat, wie ihr euch gleich gedacht, auch stets was Schönes mitgebracht.